So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück, ja, zurück zu Let's Play Call of Juarez ganz länger. Im letzten, na, irgendwann haben wir da mal das Arcade getestet, heute mal das Duell oder einfach Duell. Duell-Herausforderung. Schauen wir mal, was das so ist. Arcade war ja einfach nur töten, töten, töten. Gewinne eine Reihe von Duellen ehrenhaft und schnell, um eine wahre Legende des Wilden Westens zu werden. Du hast insgesamt fünf Leben, um es noch einmal zu versuchen, wenn du einmal erschossen werden solltest. So, wir müssen möglichst ehrenhaft töten. Sehr schön. Oh, jetzt gegen den Dicken. Der Olingers Bob, dessen Waffe hatten wir ja im Let's Play geklaut. Und wir wissen ja, wenn der Herzschlag kommt, könnten wir töten, aber wir sollen ja möglichst ehrenhaft. Tada! Sehr schön. Ehre, 100%. Puh. Ach, das ist dann der alte, der Old Man Clantner. Der sieht wirklich schon alt aus. Oh, gegen den wird's schon schwerer, wenn's ja so viel laufen, ist das echt kacke. Oha, da ging jetzt ganz schön viel Zeit weg. Errenhaft getötet, Reaktionszeit 0,3. Gesamtzeit 0,8. Schnelligkeit 70. Puh, das passt, das macht Spaß. Curly Bill. Kopfgeld 10.000. Midnight. Äh, zu der Fokus ist schon wichtig und vor allem die Geschwindigkeit auch. Reaktionszeit 0,2,5. Ey, es wird immer besser. Johnny Ringo. Fuck, ich hab die Schnelligkeit voll vernachlässigt jetzt. Oha, immerhin in den Arm. Johnny Ringo. 0,2,5 wird er. Noch fünf Leben. Ey, ist ja geil. Oha, der Henry Plummer. So, ich würd sagen, wir dürfen da nicht daneben schießen. Kopfschuss. Das hat man ja noch nie. Kopfschussbonus 6.000. Und Stufe 6 von 15 ist ja geil. Aber lange Reaktionszeit 0,3,7, weil ich noch nicht damit gerechnet hatte, ehrlich gesagt. Ich hab mir gedacht, dass der Johnny Wesley Harden, ähm, dass der schon seine Waffe zieht. Daaaame. War lange Reaktionszeit wieder. Johnny Wesley Harden. Erinnerhaft 0,2,6 sogar. Oh, sehr gut. Gesamtheit 0,7. Daaa, das war relativ niedrig. Na, eigentlich relativ hoch schon. Was ist das denn für einer? Kid Curry. Scheiße, ich komm immer auf ihn drauf. Fuck, ich hab daneben geschossen. Nein. Kann doch jetzt sein, dass wir jetzt so sterben. Da sieht man jetzt wieder, dass man einen höheren Fokus braucht. Aber scheiße, man, wir haben ein Leben verloren. Das ist gar nicht gut. Na ja, weiter geht's. Oh, was ist denn das für ein Maskenmann? Amit Dalton. Das ist richtig schwer, die so im Fokus zu halten und sich dabei auch noch auf die Schnelligkeit an der Hand zu... Irgendwann hat er daneben geschossen, aber ich auch. Gibt nicht so wirklich viele Punkte. Aber wir haben eine schnelle Reaktionszeit gehabt, aber trotzdem. Duelle Herausforderung. Ach, das war alle. Oder hab ich beenden gedrückt? Ne, gell? Ach so, zwei jetzt hätte das. Was? Was? Wie soll ich denn zwei auf einmal töten? So ein Beschiss. Ich weiß nicht, wie soll ich denn das machen, bitte? Zwei Leben nur noch. Soll ich hier jetzt ernsthaft unehrenhaft sein? Soll ich hier jetzt eigentlich noch ein bisschen, wie soll ich das machen, dann... ... und ich weiß nicht, wie soll ich das machen. ... und ich weiß nicht, wie soll ich das machen. Oh man! Sie müssen zuerst auf den So viel ist sicher Ich kann doch da nicht schneller Scheiße Scheiße Letzter Versuch Ich muss den möglichst weit links treffen Oh fuck, hab meine Handschuhe wieder vernachlässigt Scheiße Spiel vorbei 0-3 war viel zu langsam Oh man, oh man, oh man Deutenbrüder haben wir gescheitert Da sind wir gescheitert Naja Nichtsdestotrotz War's doch mal ne lässige Sache Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen Schönen Tag, macht's gut Auf Wiedersehen Ciao